Gucken wir uns das noch ein bisschen näher an. In der indischen Kultur, ja überhaupt im asiatischen Raum, ist die Vorstellung von Wiedergeburt vielfach selbstverständlich. In unserer europäischen, von Christentum und insbesondere von der Aufklärung geprägten Kultur gehört Wiedergeburt eher so in den Bereich der Esoterik. Man begegnet dem Thema mit Skepsis oder vielleicht sogar mit Ablehnung. Seit den 60er Jahren gibt es Umfragen zu der Verbreitung des Glaubens an der Reinkarnation in den USA, aber auch in verschiedenen europäischen Staaten. Und die Zustimmung schwankt so zwischen 10 und 30%. In Brasilien hat man Werte von 45% gefunden, also 45% Zustimmung. Für Asien habe ich interessanterweise keine Werte gefunden. Wahrscheinlich hat man da noch nie Umfragen gemacht. Und wenn man sich dem Thema nähert, dann stellt man fest, dass es in vielen Völkern und Kulturen eine Rolle gespielt hat oder immer noch spielt. Man findet den Glauben an Reinkarnation in Afrika, in Südamerika, in Nordamerika, vor allem unter den Stämmen der ursprünglichen Bevölkerung. Man findet ihn in Zentralasien, in Japan, bei verschiedenen Inselvölkern. Die Liste fließe sich wahrscheinlich noch verlängern. Also der Reinkarnationsglaube ist dort Bestandteil der Traditionen und Religionen. Der Begriff Reinkarnation ist lateinisch und bedeutet wieder Fleischwerde oder Wiederverkörperung. Und in unserem Sprachraum hat sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts der Begriff Paläginese, das ist altgriechisch, Wiedererzeugung oder Wiedergeburt oder auch Methemsomatose, das heißt Körperwechsel oder Wiederverkörperung, eingebürgert. Und seit dem 20. Jahrhundert spricht man eigentlich nur noch von Reinkarnation. Der Begriff Wiedergeburt erwies sich so ein bisschen als problematisch, weil er im Christentum im Zusammenhang mit Taufe und Bekehrung etwas anders bedeutet wird. Also schaut man sich diese Vielzahl von den Begriffen an, merkt man, über die tausende von Jahren hat das Thema Wiedergeburt die Menschheit immer wieder beschäftigt. Die Religionen, in denen Wiedergeburt eine zentrale Rolle spielt, sind Hinduismus und Buddhismus. Aber dennoch ist der Gedanke den monotheistischen Religionen nicht fremd. Im Christentum lehnen die großen Kirchen und die meisten Theologen die Vorstellung von Reinkarnation ab. Nach der kirchlichen Lehrmeinung befindet sich in der Bibel keine Textstelle, die so etwas belegt. Und dennoch versuchen einzelne Theologen, Bibelzitate entsprechend zu lesen und werden dann auch sehr kontrovers diskutiert. Beispielsweise findet sich im Matthäusevangelium eine Stelle, die man als Beleg deuten könnte. Dort nennt Jesus Johannes den Täufer, bezeichnet ihn als Prophet Elia, der kommen soll. Im frühen Christentum waren die Reinkarnationsvorstellungen verbreiteter, da sie durch konvertierte Heiden sozusagen in die christlichen Milieus eingebracht wurden. Und manchmal gibt es ja so interessante Zufälle. In der Osterausgabe der WHZ, der Tageszeitung aus dem Ruhrgebiet, war das Thema Glaubenszweifel und Glaubenssätze. Und daraus zitiere ich jetzt mal. Dass Glaubenssätze keineswegs in Beton gegossen sein müssen, lässt sich recht gut am Gedanken der Wiedergeburt festmachen. Die katholische Kirche hat die Vorstellung, dass Menschen nach ihrem Tod wieder und wieder in anderer Gestalt auf die Erde zurückhefen, keineswegs von Anfang an für nichtig gehalten, sondern die Ablehnung der Konzil beschlossen. Ein guter Christenmensch sollte also ans Leben nach dem Tod, im christlichen Sinne der Auferstehung, glauben. Dennoch ist die Wiedergeburt in den Köpfen der Menschen nicht tot zu kriegen. 24% der Deutschen glauben, dass sie nach dem Tod neue Geboren werden. Das ist immerhin ein Viertel der Bevölkerung. Und ich glaube nicht, dass ein Viertel der Bevölkerung Buddhist oder Hindu ist. Das glaube ich nicht. Im Judentum begegnet man der Reinkarnation vor allem in der jüdischen Mystik. Zum Beispiel im Buch der Erleuchtung, einem Teil der Kabbalah, oder im Buch des Glanzes aus dem 13. Jahrhundert. In der Kabbalah gibt es ein Werk mit dem Titel Tor der Reinkarnation, in dem fünf verschiedene Seelenteile und deren Wiedergeburt beschrieben werden. Die Hauptglaubensrichtung im Islam, also die Schiiten und die Sunniten, teilen in Bezug auf Wiedergeburt die Auffassung der christlichen Kirchen und lehnen die Vorstellung ab. Sie lässt sich nicht mit der Auferstehung am Tage des jüngsten Gerichts vereinbaren. Aber auch im Islam gab und gibt es Sekten und Mystiker, bei denen Reinkarnation zum Weltbild gehört. Hier sind die Sufis sicherlich an erster Stelle zu nennen. Und ich habe ein Gedicht von Rumi gefunden, einem persischen Dichter und Sufi-Meister aus dem 13. Jahrhundert, der fast das deutlich macht. Ich starb als Mineral und wurde Pflanze. Ich starb als Pflanze und wurde Tier. Ich starb als Tier und wurde Mensch. Warum soll ich mich fürchten? Wann wurde ich weniger durch einen Tod? Noch einmal werde ich sterben als ein Mensch. Nur um dann aufzusteigen wird der Engel Segen. Doch auch vom Engelsdasein muss ich weitergehen. So weiter. Wenn wir uns unsere Geschichte angucken, unsere europäische Geschichte, fangen wir mal bei der klassischen Antike an, da gilt Pythagoras als der Ahnherr des Glaubens an die Seelenwanderung. Die meisten werden Pythagoras sicherlich eher mit Mathematik in Verbindung bringen, denke ich mal. Platon, weiterer griechischer Philosoph, hat auch an Seelenwanderung geglaubt. Und die platonische Vorstellung von Wiedergeburt hat etwas gemeinsam mit der Idee, wie wir sie in der hinduistischen Religion finden. Also eine unsterbliche Seele existiert schon vor der Geburt, ist göttlichen Ursprungs und muss wegen ethisch schlechter Taten durch viele Wiederverkörperungen gereinigt werden, um dann den göttlichen Status wieder zu erreichen. Der Reinkarnationsgedanke fand später Eingang in die römische Kultur. In Europa findet man Hinweise auf Wiedergeburt bei den Kelten. Im Mittelalter gab es die Vorstellung von Seelenwanderung im 12. Jahrhundert, vor allem in Südfrankreich. Und im 13. und 14. Jahrhundert war das Thema unter den christlichen Katara-Wein verbreitet. Die sind deswegen auch verfrucht worden. Und der Gedanke wurde dann in der Renaissance wieder aufgegriffen. Im 18. Jahrhundert fielen wir in die Literatur, bei Lessing zum Beispiel. Und Lessing hat großen Einfluss gehabt auf die spirituellen Bewegungen des 19. Jahrhunderts. Also den Spiritismus nach Helen Kadek, die Theosophie nach Helena Blavatsky und auch die Anthroposophie, Rudolf Steiner. Und Johann Georg Schlosser war ein Freund Goethes. Der hat eine Stütz veröffentlicht mit dem Titel Über die Seelenwanderung. Und Schopenhauer, der stand ja bekanntlich dem Buddhismus nahe, hat sozusagen die Reinkarnation auch in die Philosophie wieder etwas stärker präsent gemacht. Und das hatte interessanterweise Einfluss auf jemanden, den wir eher mit Kindergeschichten in Verbindung bringen. Wilhelm Busch. Ich wusste das gar nicht, dass er sich so mit der Philosophie auseinandergesetzt hat. Ich kenne ihn vom Stuhlbeter oder so. Da kenne ich ihn mehr immer. Ich lese mal was von ihm vor. Also hat es dir gefallen hier in dieser schönen Welt, so dass das von dannen Wallen dir nicht sonderlich gefällt. Lass dich das doch nicht verdrießen, wenn du wirklich willst und meinst, wirst du wieder aufersprießen, nur nicht ganz genau wie einst. Aber Alter, das Bedenken, dass es hier noch manches gibt, zum Exempelwicht und Ränke, was im Ganzen unbeliebt. Soweit Wilhelm Busch. Also immer wieder haben sich Menschen aller philosophischen Richtungen mit dem Thema Tod und was danach geschieht gewidmet und auseinandergesetzt. Einige hielten Wielergebot für möglich, andere lehnten das ab. Und im 20. Jahrhundert war das Thema Reinkarnation mit der empirischen Reinkarnationsforschung endgültig in der Wissenschaft angekommen. Der renommierteste Vertreter auf diesem Forschungsgebiet war der Parapsychologe Ian Stevenson. Der hat gelebt von 1918 bis 2007. Und bei seinen Forschungsarbeiten hat sich Stevenson mit Kindern befasst, die sich spontan an frühere Leben erinnern. Erinnern. Diese Kinder zeigten auch oft Verhaltensweise, die irgendwie nicht zu der Familie passten, in die sie hineingeboren waren. Stevenson hat über tausend Fälle aus allen Teilen der Erde untersucht. Er selbst sprach allerdings nicht von Beweisen für Reinkarnation, sondern immer nur von Indizien, die seine Hypothese stützten. Und die Lektüre seines Buches, Wiedergeburt, fand es sehr spannend. Die Haltung zu seinen eigenen Forschungsarbeiten war bemerkenswert offen und kritisch. Er hat stets versucht, wissenschaftliche, das heißt objektive Kriterien anzuwenden. So weit das natürlich möglich war, denn er war immer auf Schilderungen angewiesen, auf die Schilderungen von den Kindern oder auf die Schilderungen aus dem Umfeld. Und das setzt natürlich nach der Objektivität auch Grenzen. Aber er hat auch versucht, eine Systematik in diesen Fällen zu erkennen. Und zwei Feststellungen finde ich sehr bemerkenswert und möchte sie kurz erläutern. Erstens hat er herausgearbeitet, dass die Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren anfangen, diese Erinnerung an frühere Leben auszudrücken. Entweder durch Bilder oder auch durch Erzählungen. Im Alter von fünf bis acht Jahren sprechen die Kinder nicht mehr darüber. Die Erinnerung verblasst mehr und mehr und ist dann fast verschwunden. So nach dem ersten Lebensjahrzehnt sind eigentlich keine Erinnerungen mehr vorhanden. Und die zweite Feststellung, die er gemacht hat, war, dass die Menschen, die über vorangegangene Leben berichten, dort im vorangegangenen Leben oft eines gewaltsamen Todes gestorben sind. Sind mitten aus dem Leben gerissen. Entweder sind sie Opfer eines Unfalls oder Opfer eines Verbrechens geworden. Und sie waren oft nicht besonders alt. Stevenson sagt nichts in seinem Buch, ob er Wiedergeburt für etwas Normales hält oder nicht. Oder ob es eine Ausnahme ist. Ich nehme das schon mal vorweg, für mich als Buddhist ist die Wiedergeburt der Normalfall. Und beide Feststellungen, die ich gerade genannt habe, aus Stevenson's Forschung, sind für mich auch eine Erklärung dafür, warum wir uns an unser früheren Leben nicht erinnern. Erstens sterben die meisten Menschen wahrscheinlich nicht gewaltsam. Das ist immer noch eine Ausnahme. Und zweitens, denke ich, werden wir in unserem jetzigen Leben mit so vielen Eindrücken bombardiert, dass einfach kein Raum mehr ist für die Erinnerung an frühere Leben. Und wenn wir ehrlich sind, wir behalten ja noch nicht einmal die Erfahrung aus diesem Leben mit verfügbarer Erinnerung. Oder wer weiß schon genau, was sein Alter von zwei Jahren gemacht hat. Und unsere Erinnerung verblasst auch. Und ist nun sehr vage und geht jetzt von mir aus manchmal auch nicht sehr präzise. Die Erinnerung. Aber es kann durchaus sein, dass Erinnerungen aus früheren Leben in unseren Träumen auftauchen. Der eine oder andere in ihrem Raum hat vielleicht immer wiederkehrende Träume, in denen er sich in einer anderen Zeit begegnet. In einer anderen Zeit unterwegs ist, Erlebnisse hat, die mit dem jetzigen Leben in keiner Verbindung stehen. Man kann sich das gar nicht erklären. Es gibt noch weitere Indizien. Stevenson überschreibt ein Kapitel mit dem Thema die Reinkarnationsidee als Erklärung verschiedener Phänomene. Aber welche Phänomene können durch Wiedergeburt erklärt werden. Ein paar führt er auf. Das eine sind Problemen im Kindesalter. Also die Kinder haben Angst, die nicht zu erklären ist. Zum Beispiel vor Wasser. Das war ja, das Kind Angst vor Wasser hat. Das könnte damit zusammenhängen, dass dieser Mensch vielleicht im frühen Leben ertrunken ist. Zum Beispiel. Solche Fähigkeiten er hat. Oder irrationale Aggressionen bei Kindern vor bestimmten Menschen. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ein Kind begegnet dem Menschen, der im vorherigen Leben dem Menschen was angetan hat. Man begegnet sozusagen dem eigenen Mörder oder sowas. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ungewöhnliche Interessen von Kindern an Musik, an bestimmten Musikinstrumenten in Familien, die eigentlich mit Musik nichts zu tun haben. Kinder möchten ein bestimmtes Instrument lernen. Oder ungewöhnliche Begabung. Stichwort Wunderkinder. Oder auch Süchte. Er hat manche Kinder beobachtet, die verlangten nach Rauschmitteln. Tabak oder Alkohol. Und das war nicht zu erklären aufgrund der familiären Verhältnisse. Die haben statt dem Apfelsaft lieber den Whisky haben wollen. Weil das haben die immer gemacht im vorherigen Leben. Oder auch deutliche charakterliche Unterschiede zwischen einer eigenen Zwillinge, die man so auch nicht erklären kann. Und das letzte. Transsexualität, also Wechsel der Geschlechts und der Identität. Also Kinder bevorzugen zum Beispiel die Kleidung des anderen des Geschlechts. Mädchen kleiden sich wie Jungen und umgekehrt. Viele verlieren diese Tendenz wieder und nehmen ihr derzeitiges Geschlecht dann irgendwann auch mal an. Aber bei manchen Menschen führt das Gefühl, in einem falschen Körper zu sein, zu erheblichen Belastungen. Und ich erinnere mich an eine sehr persönliche Begegnung. Ich hatte mal in einem Gremium ehrenamtlich zu tun und da habe ich mit einem Mann zusammengearbeitet und eines Tages rief mich der Leiter an von diesem Gremium und sagte, ja, ich sollte mich nicht wundern, aus dem Herrn S. ist jetzt eine Frau S. geworden. Da war ich drauf vorbereitet und wir gingen dann zu unserer Sitzung und waren beide etwas, also ich war dann etwas früher da und sie, muss ich jetzt sagen, auch. Wir haben uns dann vorgestellt und die Hand gegeben und sie war sehr nervös in der Situation. Ich habe ihr dann erklärt, dass ich Buddhist bin und kann damit eigentlich ganz gut umgehen. Also wenn es wieder Geburt geht, geht doch mal was schief. Das wäre kein Problem. Dann kommt man mal eben im falschen Körper an, sowas gibt es nicht. Also von daher kann ich damit ganz gut umgehen und dann wurde sich auch etwas lockerer. Er hat mir dann halt von ihren Schwierigkeiten erzählt, dem Kind ganz psychologisch gut und wie er erforderlich war sozusagen auch die medizinischen Umbau, wenn ich das mal so sagen darf, einzuleiten. Aber sie war dann, glaube ich, ganz glücklich, dass es dann endlich geklappt hat und sich dann zu Hause fühlte in ihrem Frauenkörper. Ich muss gestehen, für mich war es etwas ungewohnt, sie dann in der weiblichen Form anzusprechen, weil wenn man einige Jahre zusammengearbeitet hat, ist das nicht so ganz leicht gewesen, aber es hat geklappt. Und ich muss sagen, ich habe sie sehr bewundert, vor allem den Mut, weil sie hat das Gremium nicht verlassen, ist nicht in eine andere Stadt gegangen, was ich wahrscheinlich betan hätte oder so. Ich fange mir ganz neu an. Und soweit ich weiß, hat sie auch ihren Job behalten. Also sie ist auch in einem Umfeld gelandet, wo das wirklich war. Also wenn man sich das mal so anschaut, gibt es durchaus Hinweise, die so die These von Wiedergeburt unterstützen. Aber wir sind ja im buddhistischen Zentrum. Da kommen wir mal zu den buddhistischen Vorstellungen von Wiedergeburt. Also die Idee von Reinkarnation ist, wie ich kurz dargestellt habe, und weiter verbreitet, als wir eigentlich glauben. Oder als ich gedacht habe auch. Aber so unterschiedlich wie die Kulturen sind auch die Vorstellungen, wie die Wiedergeburt funktioniert. Und der Buddha hat im indischen Kulturraum gelehrt. Und dieser Kulturraum war geprägt von den Vorstellungen, wie wir sie heute in der hinduistischen Region finden. Und in den ältesten Texten des Hinduismus, in den Veden, kommt Reinkarnation noch gar nicht vor. Das ist erst später in den Wupanishaden der Fall. Die sind so 800 bis 600 vor unserer Zeit entstanden. Und da spielt Wiedergeburt eine zentrale Rolle. Nach hinduistischer Vorstellung ist der Mensch im Innersten eine unsterbliche, unveränderliche Seele, Atman, die sich immer wieder in unterschiedlichen Wesen, in immer neuen Existenzen manifestiert. Die Handlungen der Wesen, die ethische Qualität der Taten ist bestimmend für die Art und das Erleben der Existenz. Und diese ewige Seele wird immer wieder geboren, bis sie gereinigt, endgültig erlöst, in der Weltseele Brahman aufgeht. Das ist sicherlich ein bisschen verkürzt, aber es zeigt das Prinzip. Der Buddha hat in seiner Erleuchtungserfahrung gesehen, dass es diesen festen, unveränderlichen Wesenskern nicht gibt. Eine eigenständige Seele ist nicht vorhanden. Das ist die Lehre von Atman, nicht selbst oder nicht Seele. Wiedergeburt ergibt sich nach buddhistischer Vorstellung aus dem, wie ich es gerne nenne, buddhistischen Grundgesetz. Dem Gesetz von Bedientem entstehen. Alle Phänomene, die wir erfahren, die Welt um uns herum, ist aufgrund von Bedingungen entstanden, der Wandlung und der Vergänglichkeit unterworfen. Bedingungen sorgen dafür, dass Phänomene erscheinen und wieder verschwinden oder sich wandern. Und es gibt kein Ich außerhalb des Flusses physischer und geistiger Energie. Ein festes Selbst, eine unveränderliche Seele widerspräche diesem Gesetz, denn sie wäre ja von keinen Bedingungen abhängig. Und diese Vorstellung einer festen Seele entspricht nicht der Erfahrung des Buddha. In der zweiten Nachtwache sah der Buddha, wie die Wesen ihrer Taten gemäß durch die Leben wandern und wie sie sich verändern. Und ich möchte betonen, dass der Buddha kein philosophisches Konzept verkündet hat. Er wollte keine Theorie liefern. Das war nicht so ein Anspruch. Er hat einfach von dem gesprochen, was seiner Erleuchtungserfahrung entsprach. Und sein Leben hat er der Aufgabe gewidmet, anderen diese gleiche Erfahrung zu ermöglichen. Das war das, was er getan hat. Er hat keine Philosophie begründet. Und wenn wir unser eigenes Leben ansehen, stellen wir auf unsere Persönlichkeit im genauigen Sinn nichts Festes finden können. Unser Charakter, unsere Erinnerungen sind nicht dauerhaft festgelegt. Wir können uns im Laufe des Lebens verändern. Unsere Persönlichkeit ist etwas, was sich entwickelt. Als Kind oder Jugendlicher waren wir anders als nun im Erwachsenen Alter. Ereignisse im Leben können uns auf radikale Weise beeinflussen. Wir sagen manchmal über jemanden, er ist jetzt nicht mehr derselben. Wandel ist im Laufe des Lebens schon spürbar. Aber dennoch bleibt eine spannende Frage überhaupt. Was wird denn wiedergeboren, wenn es kein festen, unveränderlichen Wesens kennt? Wenn es keine Seele gibt? Die Frage ist nicht neu. Die wurde auch schon zu Buddhas Zeichen gestellt. Und der Buddha selbst ist damit relativ gelassen umgegangen. Er war der Auffassung, dass eine Antwort darauf nicht hilfreich für die Befreiung aus dem Leiden ist. Der Buddha vergleicht den Fragenden mit einem Mann, der von einem Giftpfeil getroffen wurde und darauf besteht, dass man ihm den Pfeil erst dann entfernt, wenn er weiß, wer ihn hergestellt hat, wenn er weiß, wer ihn abgeschossen hat, aus welchem Stand der Schütze kam, wie die Art der Feder war, wie er im Fall war. Für das Überleben hilft aber nur das Entfernen des Feils und nicht die Antwort auf die Frage. Also der Buddha hat uns die Frage nicht verantwortet. Und die Frage hat den Menschen nicht losgelassen. Vielleicht ist die Frage aber auch nur falsch gestellt. Die Formulierung einer Frage sagt immer etwas über die Vorstellung des Fragenden zum Problem. Wir müssen uns vielleicht von der Vorstellung lösen, dass etwas im Sinne eines Dings wieder geboren werden muss. Wir können uns vor Augen geführen, dass es Kontinuität gibt, ohne dass etwas Unveränderliches existiert und weiter ergeben wird. Ein oft benutztes Beispiel ist das einer Kerze. Man kann mit der Flamme der einen Kerze die andere Kerze anzünden. Die neue Flamme ist nicht die alte. Aber ohne die alte wäre die neue Flamme nicht existent. Es gibt eine Verbindung, aber es ist doch nicht das Gleiche. Physikalisch ist einfach Energie weitergegeben worden. Die Energie ist wandelbar, ohne dass es etwas festgegibt, was weitergegeben wird. Also Beispiele aus solcher materiellen Welt können uns helfen, unsere Vorstellung, dass etwas an Dieben wiedergegeben wiedergeworden werden muss, in Richtung Prozess zu denken. Vielleicht hilft die Vorstellung von einem Bewusstseinsstrom, der sich in einer neuen Existenz manifestiert. Es werden Impulse, Tendenzen, Gewohnheiten weitergegeben. Wie die Existenz aussieht, hängt aber nicht nur von dem Bewusstseinsstrom ab, sondern von vielen anderen Bedingungen. Wir Menschen sind ja auch nicht nur genetisch bestimmt. Wer wir sind, wie wir sind, hängt von vielen Umständen ab, in denen wir aufwachsen, welchen Menschen wir begegnen und vieles mehr. Leben ist eben ein Prozess. Das einzig Stetige ist der Wandel. Eigentlich wird er ständig neu geboren, von Moment zu Moment. Und manchmal reicht eine Begegnung ein Wort und wir sind schon nicht mehr derselbe. Vielleicht verändert das, was ich heute Abend sage, ihre Haltung zu Wiedergeburt und Buddhismus. Vielleicht verändert es ihr Leben. Ich weiß es nicht. Die Welt ist ein kompliziertes Geflecht aus Bedingungen, die wir nicht vollständig schauen können. Wir existieren, weil Bedingungen dafür vorhanden sind. Wiedergeburt ist ein Prozess, der sich aus diesem Geflecht von Bedingungen ergibt. Und der grundistische Begriff für Wiedergeburt heißt Puna Bava, so viel bedeutet wie Wieder Werden. Und das beschreibt die Idee eines Prozesses ganz gut. Dennoch sind wir nicht wirklich in der Lage, den Vorgang von Wiedergeburt wirklich ausreichend zu erklären. Ein Argument gegen Wiedergeburt ist häufig ein mathematisches. Wie soll das funktionieren? Zu Buddhas Zeiten waren nicht einmal 200 Millionen Menschen auf diesem Plan um 1900 waren es 1,6 Milliarden und mittlerweile sind wir bei 7,2 Milliarden Menschen angekommen wie die Erde bevölker Wie kann das gehen? Wie funktioniert das? Das Argument setzt voraus dass Existenz nur hier auf der Erde und nur für Menschen als Mensch möglich ist. Die buddhistische Vorstellung von Existenz geht aber weit darüber hinaus. Die Welt der Menschen ist nur eine von sechs Welten die alle in den Kreislauf der Existenzen einbezogen werden. Der Buddha spricht in Palika von unterschiedlichen Welten. Wir finden Dialogen zwischen ihm und göttlichen Wesen. Er spricht vom Höllenbereich. In einer Verehrungsformel des Buddha heißt es Der Buddha ist Lehrer von Göttern und Menschen. Vielleicht kennt der ein oder andere die Darstellung des tibetischen Lebensrages. Da ist der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt sehr plakativ zu ersehen. An der Radnarbe, also in der Mitte, findet man die Ursachen für den großen Kreislauf. Hier hast du Verblendung dargestellt in der Form von Haaren, Schwein und Schlange. Am äußeren Rand ist die Kette des bedingten Entstehens. Nidane. Die erklären den Mechanismus, die uns an den Kreislauf binden. Und im mittleren Bereich des Lebensrates sind die sechs Welten dargestellt. Und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Da gibt es die Welt der Geister, die Höllenwelt, es gibt die Welt der Titanen, die Welt der Götter und die uns vielleicht etwas näher sind, die Tierwelt und die Menschenwelt. Und diese Welten repräsentieren Existenzbereiche der Wesen. Und im tibetischen Buddhismus gibt es dazu sehr farbenprächtige Darstellungen. Und die Welten lassen sich gut über Geistes Verfassung verstehen, die in jeder Welt vorherrschen und die das Verhalten der Wesen dort bestimmen. Und die Geisteszustände kann jeder Mensch auch in diesem Leben selbst erfahren. Wenn ich gleich darüber spreche, dann wird man merken, dass es geht. Ich glaube, wir kennen alle der Geisteszustände, die jetzt kommen. Beginnen wir bei den hungerigen Geister. Die hungerigen Geister sind von neurotischen Begierden gefallen. Sie werden nie satt. Alles, was sie bekommen, macht sie nicht zufrieden. Im Gegenteil, es führt zu extremen Leid. Das kennen wir auch auf der Menschseite Volumis zum Beispiel. Ein extremes Beispiel dafür, die Menschen essen, erbrechen, um wieder essen zu können. Das ist ein sehr leidhafter Zustand und befriedigt überhaupt nicht. Die Höllenwelt. Ein Zustand völliger Qual, ein leidvoller Geisteszustand. Man sieht kein Licht am Ende des Tunnels. Man ist verzweifelt und hat keine Hoffnung darauf, dass es irgendeine bessere gibt. Dann die Welt der Titanen. In der Titanenwelt oder der Welt der Aschurras wird sie auch manchmal genannt, herrscht ein streitsüchtiger und von Konkurrenzkampf geprägter Geisteszustand. Da gibt es Rastlosigkeit, Misstrauen, Eifersucht. Man will besser sein als die anderen und die reichlich vorhandenen Energie wird man außen gelenkt auf den Gegner. Macht ist das Ziel eines Strebens. Auf der weltlichen Seite ist das so die Businesswelt, die Ellbogen Gesellschaft. Dann die Welt der Götter, der Dewas. Das entspricht einem glücklichen, freudigen Geisteszustand, ein sorgloser Zustand. Man ist zufrieden, entspannt, hat alles, was man braucht. Es gibt eine westliche Darstellung vom tibetischen Lebensrad und da ist diese Welt dargestellt mit Liegestuhl am Strand, trinkt und man liegt dann da und guckt in Sonne. Das ist der Zustand der Welt der Götter. Aber man ist auch gefangen in der Welt der Götter, nämlich in seiner eigenen Trägheit. Man will den Zustand ja nicht ändern, der ist ja so angenehm. Dann die Tierwelt. In der Tierwelt zählt nur die Befriedigung der Grundbedürfnisse. Nahrung, Behaglichkeit, Schutz und Fortpflanzung. Es gibt keinen Drang nach etwas Höheren. Also Tiere leben einfach ihr biologisches Programm. So kann man das glaube ich sagen. Und zuletzt die Welt der Menschen. Das ist idealerweise eine bewusste Geistesverfassung. Es gibt die Möglichkeit zum Handeln. Man hat als Mensch die Wahl, welchen Weg man gehen möchte. Die Welt der Menschen bietet Entscheidungsfreiheit. Unser Geisteszuschöp ist idealerweise weder zu verzückt noch zu quält. Weder zu verbissen noch zu konkurrieren. Wir sorgen für uns. Unsere Grundbedürfnisse gehen wir nach. Aber wir wollen noch ein bisschen mehr als das. Nur satt reicht nicht. Bei den meisten Menschen Menschen die Welt der Menschen bietet die ideale Möglichkeit für die Befreiung aus dem Rat der Geburten. Denn unser Leid ist nicht so groß, dass wir erstarren, wie beispielsweise in der Höllenwelt. Aber unsere Verzückung ist auch nicht so überspringend wie in der Götterwelt. Wir pendeln immer zwischen beiden Zuständen ein bisschen hin. Wir werden auch nicht zu träge. Und das Menschenleben ist kostbar. Im Kreislauf der Existenzen ist es nicht leicht zu erreichen. Und der Buddha hat ein schönes Gleichnis dafür. Er vergleicht das Menschenleben mit einem Joch. Das schwingt auf einem Meer. Und alle 100 Jahre taucht eine Schildkröte aus diesem Meer auf. Und mit der Wahrscheinlichkeit, dass diese Schildkröte beim Auftauchen den Kopf genau durch dieses Joch steckt, so gering die Wahrscheinlichkeit dafür ist, so gering ist auch die Wahrscheinlichkeit als Mensch geboren zu werden. Also wir sollten uns gut überlegen, was wir in der Geist zuständig machen. Da kommen gleich noch drauf zu. Also nehmen wir die Vorstellung verschiedener Existenzbereiche an, so spielt die Mathematik keine Rolle mehr. Mathieu Rikard, einige werden ihn kennen, ist tibetischer Mönch von französischer Herkunft und der Übersetzer des Dada Lama ins Französische. Der hat an einer Stelle geschrieben, diese Existenzbereiche sind nicht mehr oder weniger real als unser gegenwärtiger Zustand. Man darf die Fähigkeit des Bewusstseins nicht unterschätzen, eine Welt zu erschaffen, die mit allem versehen ist, was wir Wirklichkeit nennen. Und interessanterweise hat Stevenson bei seinen Untersuchungen auch Hinweise auf sogenannte Zwischenbereiche gefunden. Also es war nicht immer so, dass ein Leben an das nächste anschloss. Manchmal waren die Erinnerungen auch in anderen Epochen und weiter zurück und da war irgendwie eine Lücke dazwischen. Das hat er dann Zwischenbereiche gemacht. Bei der Beschäftigung mit Wiedergeburt kommt man an dem Thema Tod nicht vorbei. Bei dem Versuch, den Prozess der Wiedergeburt zu beschreiben, stößt man sehr schnell an Grenzen. Grobe Analogien müssen als Modell dienen. Aber wie sieht es dann Tod aus? Wissen wir, was der Tod ist? Ich bin ein bisschen konservativ und gucke da im Lexikon nach. Und dort habe ich gefunden. Tod ist der Zustand eines Organismus nach dem irreversiblen Ausfall aller Lebensfunktionen. Als Abschluss eines Alterungsprozesses, dem jedes Lebewesen von Geburt an unterworfen ist, ist der Tod genetisch programmiert und somit ein in der organischen Verfassung des Lebens gegründetes ereignet. Und weiter Dem Tod voraus geht ein Sterbeprozess, der durch den Ausfall einer der drei miteinander verbundenen lebenswichtigen Funktionen von Atmung, Kreislauf und zentralen Nervensystem eingeleitet. Soweit das Lexikon. Also eine recht eindeutige Definition. Wir wissen, was der Tod ist. Aber wissen wir auch, was im Sterbeprozess wirklich passiert? Im Februar diesen Jahres war in der Zeitung das Tagesthema Organspülter. Es ging um die Frage, wann der Mensch wirklich tot ist. Ausgangspunkt des Artikels waren unterschiedliche Positionen im Ethikrat der Bundesregierung darüber, ob Menschen bei der Organentnahme noch leben oder bereits tot sind. Konkret ist der Hirntod das Ende des Lebens. Abgedruckt war ein Interview mit dem Professor Dr. Eckhard Nagel, das ist der ärztliche Direktor des Uniklinikums hier in Hessen. Und der hat gesagt, wir Mediziner haben klare Kriterien, wann der Tod eintritt. Aus medizinischer Sicht gibt es an der Hirntoddefinition überhaupt keine Zweifel. Hier liegen eindeutige sichere Vorgaben zugrunde. Auf die Frage, warum es dann im Ethikrat unterschiedliche Ansichten gebe, hat Professor Nagel geantwortet. In der Stellungnahme des Ethikrates werden ganz unterschiedliche Dinge miteinander verglichen. Als Philosoph, Theologe oder auch als Jurist kann ich fragen, ob der Hirntod das Ende des Sterbeprozesses ist oder doch ein davorliegender Moment. Das sind sicher wichtige ethische, philosophische Überlegungen, die bis ins spirituelle reichen. Doch für einen Arzt sind dies keine primär relevanten Kriterien. Hier geht es um die materielle Existenz des Menschen. Zitat Ende. Es geht mir heute nicht um das Thema Organspende. Diese Entscheidung muss jeder für sich treffen und wenn wir am Ende loslassen können, spielt der genaue Zeitpunkt des Todes diesbezüglich keine Rolle mehr und ich bezweifle auch, dass man diesen Zeitpunkt überhaupt bestimmen kann. Die Diskussion zeigt nur, je wenig wir in unserer Kultur über den Sterbeprozess an sich wissen. Der Sterbeprozess und der Tod wird von Medizinern nach materiellen Kriterien beurteilt. Bewusstsein kommt gar nicht vor, woraus sich folgern lässt, dass Bewusstsein in diesem Schema gleichfalls als an die Materie gebunden angesehen wird. Persönlich bin es etwas befremdlich, wenn man hier zwischen medizinischen, ethischen, philosophischen, spirituellen Aspekten unterscheidet, weil es ist doch der gleiche Mensch, bestimmt. Den kann ich doch nicht unterteilen. Aber die Sichtweise der Mediziner lässt sich vielleicht folgendermaßen erklären. In unserer von der Wissenschaft geprägten Kultur brauchen wir objektive Kriterien, also Kriterien, die von außen sichtbar sind. Und von diesen Kriterien spricht Professor Magel. Denn nur von außen messbare Kriterien gestatten es dem Arzt, dies zu dokumentieren und juristisch auf der richtigeren Seite zu sein. Der Hirntod ist eine Definition, eine Definition, auf die man sich gesellschaftlich in Form von Gesetzen geeinigt hat. Das war unnötig, als man die ersten Organe verpflanzt hat. Das war Ende der 60er Jahre der Fall. Und an der Definition hat sich bis heute nichts geändert. Und der Arzt hat bei Einhaltung aller Kriterien keine Sanktionen zu befürchten. Der Hirntod bedeutet dabei nicht den biologischen Tod des Körpers. Weil die Organe müssen ja bis zur Entnahme am Leben gehalten werden. Was bei dieser Definition außen vor bleibt, sind die inneren Prozesse des Sterbenden das, was im Bewusstsein des Sterbenden passiert. Das abendländische Denken hat sich seit Jahrhunderten auf die Erforschung der materiellen Welt durch die Naturwissenschaft konzentriert. Und das hat zu einer weitgehend materialistischen Weltanschauung geführt, in der das Bewusstsein nur an einem materiegebundenen Phänomen ist. Wir trennen ja sogar in der Wissenschaft Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft und das machen wir schon da an der Stelle. In der östlichen Kultur wurde der Schwerpunkt auf die Erforschung der Geistigen Welt gelegt. Daher ist die Herangehensweise an Sterbend Tod in einer buddhistischen geprägten Kultur ganz anders. Buddhisten erkennen natürlich auch den biologischen Tod, den Verfall des Körpers an. Auch der Buddha ist biologisch gestorben. Anders sieht es aus buddhistischer Perspektive mit dem Sterbeprozess aus. Dabei spielt der Ausfall einzelner biologischer Funktion keine Rolle. Weil die alten Tibeter haben keine Jetschule gemessen. Konnten die nicht. Aus buddhistischer Perspektive sind also die geistigen Prozesse im Sterben entscheidender. Und das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Die Frage der Wiedergeburt stand in den unterschiedlichen buddhistischen Schulen nie zur Disposition. Die Art wie sich der Übergang von einem zum anderen Leben vollzieht schon. Während die Theravada Buddhisten davon ausgehen dass der Übergang unmittelbar erfolgt kennt der tibetische Buddhismus einen Zwischen Zustand. Einige Stellen in diesen alten Schriften scheinen die Idee eines Zwischen Zustandes zu unterstützen. Ich habe gesucht aber ich habe sie nicht gefunden. Ich kann das nur indirekt wiedergeben weil ich es gelesen habe. Ich konzentriere mich heute auf die tibetische Sicht. Auch aus persönlicher Überzeugung weil ich glaube dass das was da beschrieben wird aus Beobachtung und Erfahrung auch geschrieben wurde. Der Sterbeprozess und die Zeit bis zu einer neuen Geburt wird im tibetischen Buddhismus Badung Zwischenzustand genannt. Und bekannt ist sicher das tibetische Tun Vardö Tödö Es wurde im 14. Jahrhundert von dem Mönch Karmalink gefunden. Und es besteht aus einer Serie von Texten die die Befreiung des Verstorbenen aus dem Kreislauf der Wiedergeburt anstreben. Einschließlich der zugehörigen Vorbereitung. Der genaue Titel des Buches lautet Das Buch von der natürlichen Befreiung durch Höheren im Zwischenzustand. Das ist der elfte Text in der Serie, der dazu bestimmt ist, einem Verstorbenen von einem Lama während des maximal 49 Tage dauernden Zwischenzustandes vorgelesen zu werden und ihn so durch den Bade zu leiden. Der Verstorbene soll die Möglichkeit erhalten, Nirvana zu erreichen, einen Zustand, frei von Hier Hass und Verblendung ist, sowie frei von dem Drang nach einer neuen Existenz. Und wenn das nicht gelingt, wird er weiter durch dieses Vorlesen gut erwiesen. Es wird erklärt, was das Bewusstsein im Zwischenzustand erfährt, um dadurch eine gute Wiedergeburt zu ermöglichen. Was hört zu, wenn es keine Seele gibt? Die Tibeter unterscheiden verschiedene Schichten des Bewusstseins. Die tiefsten bestehen als Kontinuum über die Existenzen und sind in der Lage, diese Informationen aufzunehmen. Dieser Bewusstseinsstrom bildet aber nicht den Kern der Persönlichkeit, er ist sozusagen nur der Datenspeicher, das Basismaterial für die neue Existenz. Das, was wir als Persönlichkeit erleben, ist eigentlich nur ein Konstrukt unseres Geistes. Ein Kontinuum durch all Existenzen schafft auch die Verbindung zwischen den Existenzen. Und so ist es möglich, dass sich Erleuchtete all ihrer Existenzen erinnern, wie es der Buddha beispielsweise in der Nacht seiner Erleuchtung erlebt hat. Wenn wir sterben, ist es für unser Bewusstsein ein Schock. Die Sinne schwinden, die Verbindung mit der gewohnten Welt reißt ab. Im Bade wird der Geist mit Erscheinungen konfrontiert. Das Totenbuch betont an vielen Stellen, dass es sie dabei um Projektionen unseres eigenen Geistes hat. Und wir brauchen uns da vor nicht zu entschrecken. Und der Zwischenzustand unterteilt sich in drei Hauptphasen. Die erste Phase dauert viereinhalb Tage. In dieser Zeit nimmt das Bewusstsein des Verstorbenen die Welt und die Trauernden noch wahr. Es erkennt erst allmählich, dass es nicht mehr zur Kommunikation fähig und in einen anderen Daseins Bereich eingetauft ist. Danach tritt das Bewusstsein in die zweite Phase ein, die mit dem Erscheinen von leisem Licht beginnt. Es erscheinen nacheinander die fünf Jinnabuddhas Bayrojana, Akshobya, Ratnasambhava, Amitava, Amugasid, die man aus dem Mandala der fünf Buddhas kennt. Jemals gefolgt von Visionen der einzelnen Wiedergeburtsbereiche. Die Buddhas erscheinen im hellen Licht, während die Wiedergeburtsbereiche unklar und verschwommen sind. Der Geist hat Angst vor dem Unbekannten und flieht zu dem Bekannten. Die Belehrung des Lama empfehlen sich den Buddhas anzuvertrauen und nicht den Versuchungen der Wiedergeburtsbereiche zu erliegen. Nach den Buddhas erscheinen zahlreiche friedliche und zornige Lesen, die alle Projektionen unseres Geistes sind. Fruchten die Belehrungen nicht in diesem Zustand, folgt die letzte Phase, das Badu des Werdens. Das Bewusstsein ist irritiert, es sucht Halt bei etwas Bekanntem. Die karmischen Prägungen und die Gewohnheiten treiben aus einer neuen Existenz entgegen. Der Lama ermahnt den Verstorbenen nur heilsame Gedanken zu reden, in der Zwischen Zustand wirken karmisch. Die Gedanken und die Geistes Verfassung haben einen Einfluss darauf, in welchen der sechs Daseins Bereiche wiedergeboren werden. Und zur Vorbereitung schildert der Lama, welche Farben aus diesen Bereichen kommen. Weißes Licht aus der Götterwelt, rotes Licht aus dem Bereich der Titanen, blaues aus dem Bereich der Menschenwelt, grünes Licht aus dem Bereich der Tiere und gelbes aus dem Bereich der Geister und rauche ich Trüges aus der Hölle. Bastian. Die Belehrungen haben jetzt nur noch ein Ziel, nämlich das Bewusstsein des Verstorbenen zusammen, es an die Lehren der Buddhas zu erinnern und damit eine positive Geisteshaltung zu erzeugen und angestrebt wird die Wiedergeburt in der Menschenwelt, weil man sich hier weiterentwickeln kann und schließlich auch Erleuchtung erlangen kann. Die Beschreibungen im Tibetischen Totenbuch sind viel detaillierter, als ich das hier darstellen kann, aber es wird immer wieder betont, dass all das, was erlebt wird, Projektionen unseres eigenen Geistes sind. Menschen, die nie etwas von Buddhas gehört haben, werden in dem Zustand auch keine Buddhas sehen. Das Buch verdeutlicht uns aber, wie wichtig unsere eigene Geisteshaltung ist. Der Einfluss ist so groß, dass er über Existenzen fortdauert. Negative Geisteshaltung wirken sich negativ aus, sie verstärken das Leiden. Positive wird das Gegenteil. Das bringt uns in die Richtung Gesetz von Karma und da komme ich nachher noch mal drauf zurück. Wenn man sich das anguckt, diese Gegenüberstellung der westlichen und der tibetisch-buddhistischen Sichtweisen auf den Sterbeprozess zeigt dies, dass die jeweilige Herangehensweise die Prämissen einer Fragestellung Einfluss auf die Antworten haben, die wir finden. Habe ich ein materialistisches Menschenbild, komme ich zu zuvor genannten westlichen Interpretationen. Ist das Bild ein spirituell geprägtes, suche ich Antworten im geistigen Bereich. Auch hier geht das Gesetz vom Bedingten entstehen. Was können wir also tatsächliche wissen, wenn schon die Frage den Weg der Erkenntnis bestimmt? Was können wir wissen? Für Immanuel Kant war diese erste von den vier Grundfragen der Philosophie wohl die wichtigste. Hier hat er seinen Werk Kritik der reinen Vernunft gezeichnet. Für viele hängt der Glaube an die Wiedergeburt davon ab, ob es gesicherte Erkenntnisse, das heißt Beweise gibt. Nun hat die Philosophie herausgearbeitet, dass der Erkenntnis Grenzen gesetzt sind. Natürliche Grenzen. Wir sind mit fünf Sinnen ausgestattet und mit diesen fünf Sinnen erfahren wir die Welt. Hinzu kommt unser Geist als sechster Sinn. Die Eindrücke werden verarbeitet und so entsteht das Bild unserer Welt. Alles, was diesen Sinnen nicht zugänglich ist, existiert nicht in unserem Weltbild. Im Laufe der Geschichte hat der Mensch seine Sinne mit Hilfe der Technik erweitern können. Wir hören und sehen heute in Frequenzbereichen und Entfernung, die weit über das menschliche Vermögen hinausgehen. Aber alles, was unseren natürlichen Sinnen verschlossen bleibt, erfahren wir nur indirekt. Wir versuchen durch Modelle und logische Schlüsse Zusammenhänge herzustellen und damit unser Verständnis von der Welt zu vertiefen. Dem sind aber Grenzen gesetzt. Das Problem gerade für Menschen in naturwissenschaftlich dominierten Kulturen ist, dass oftmals Phänomene, die sich diesen Methoden entziehen, als nicht existent, weil als ungewiegen angesehen werden. Und so ergeht es auch zum Phänomen Wiedergeburt. Aber was bedeutet das? Wenn wir nur das für wahr halten, was unseren auch gegebenenfalls erweiterten Sinnen zugänglich ist und was wir durch unseren Intellekt verstehen können, begrenzen wir die Welt und uns selbst. der Mensch macht sich dann selbst und sein Erkenntnisvermögen zum Maßstab aller Dinge. Er hebt sich damit über die Welt und macht die Welt gleichzeitig klein und eng. weit und offen wird die Welt und wir zulassen, dass es Dinge gibt, die wir nicht verstehen und diese Phänomene trotzdem für möglich halten. Schon Kant hat gesagt, dass wir die Welt immer nur so erfahren, wie sie uns erscheint, nie wie sie an sich ist. Wir sehen sie quasi durch einen angeborenen Filter, unsere Sinne und unser Erkenntnisvermögen, den wir nicht abnehmen können. So manchen stürzen diese Erkenntnis in eine Krise. Etwa Heinrich von Kleist, der nach Kant's Lektüre sein Physikstudium abbrach und dichter wurde. Unglückliches Bewusstsein nannte Hegel diesen Zustand des forschenden Geistes, der sich plötzlich seiner Grenzen bewusst hielt. Unser Denken selbst ist begrenzt, denn es wird geprägt von unseren Erfahrungen. Unsere Fähigkeit, Erfahrungen in Worte zu fassen, ist limitiert, Denn wir haben nur eine begrenzte Aussage zur Verfügung. Schon bei der relativ einfachen Erfahrung des Hörens eines Musikstücks klingen die Worte, mit denen wir das Gehörte schreiben möchten, auch grob und unbeholfen und eben nie das erlebte wir. Und auf dem buddhistischen Weg versuchen wir eben diese Grenzen zu sprengen. Die Grenzen, die uns Sinn und Verstand setzen. Lama Anagarika Govinda, das war ein buddhistischer gelehrter Deutscher, der hat gelebt von 1898 bis 1985, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel buddhistische Reflexion und daraus zitiere ich etwas. Kant zeigt theoretisch, wo innerhalb des gegebenen Bewusstseins die Grenzen der Erkenntnis liegen. Buddha lehrt in Praxis den Weg, wie jenes gegebene Bewusstsein überschritten werden kann. Nicht logisches Denken, sondern ein höheres Bewusstsein löst die Widersprüche, in die das niedere, an die Sinnlichkeit gebundene Denken sich hoffnungslos verstrickt. Ein anderer Autor, ein mythischer, Marco Pallis, der war Bergsteiger, hat viel in Tibet gelebt, hat viel über Tibet veröffentlicht, ausgebracht, buddhistische Leitwirkung, danken, heißt das, und da habe ich auch ein interessantes Zitat gefunden. In Bezug auf die Wahrheit sind Ansprüche menschlicher Originalität fehl am Platz. Vielmehr empfiehlt es sich nicht zu vergessen, dass die Verwirklichung der Wahrheit unter allem Umständen mehr erfordert, als bloße Gedankentätigkeit. Heilige und Weise haben immer darauf hingewiesen, dass solche Verwirklichung die Gleichstellung von Sein und Wissen bedeutet. Man darf niemals glauben, dass die Denkfähigkeit das gesamte Erkenntnisvermögen des Menschen ausmacht, auch wenn sie im Bereich des Bedingen nutzbringend ist. Wahres Erkenntnisvermögen denkt nicht, erkenntnis, so glauben wir, gibt uns Sicherheit. Erkenntnis ist etwas, auf das wir uns verlassen können. Die Naturwissenschaften erzeugen den Eindruck, Tatsachenbeweise zu liefern. Dabei sind es in vielen Fällen Interpretationen von Daten und Versuchsergebnissen. Die Geschichte hat gezeigt, dass viele dieser Interpretationen wieder revidiert werden müssen. Auch Erkenntnis ist dem Wandel unterworfen und die Mittel auf der materiellen, sinnlichen Ebene sind begrenzt. Was machen wir jetzt damit? Nach all dem Gesagt bleibt nämlich die Frage, wie gehen wir in der Praxis für die Wiedergeburt um? Theoretische Überlegungen, philosophische Diskurse und naturwissenschaftliche Forschung bringen uns nicht wirklich weiter. Wenn wir darauf warten, endlich den absoluten Beweis in den Händen zu halten, ist unsere Lebenszeit wahrscheinlich zuvor abgelaufen. Wir können uns dem Thema mal von einer ganz praktischen Seite nähern. Und das möchte ich so jetzt mal machen. Also wenn wir uns als Buddhisten sehen, und einen hier im Raum, weiß ich nicht, sehen Sie sich als Buddhisten? Dann nehmen wir bestimmte Eigenschaften der Welt an. Dazu zählen die drei Merkmale der Existenz. Das Leben ist leidhaft, das heißt, man findet kein dauerhaftes Glück. Alle Phänomene sind vergänglich. Es gibt nichts, was nicht dem Wandel unterworfen ist. Und es gibt nichts, was einen festen Wesenskern besitzt. Buddhisten streben nach Erleuchtung, einem Zustand, der Nirvana genannt wird und der absoluter Frieden bedeutet. Und Grundlage für den buddhistischen Weg ist das Gesetz von Karma, das aussagt, dass alle Taten Folgen haben. Durch unser Handeln bestimmen wir mit, wie wir die Welt erfahren. Und daraus ergibt sich die Bedeutung von Ethik im Leben. Wie ernsthaft wir praktizieren, zeigt sich in unserer Ethik und in der Verantwortung, die wir für unser Handeln übernehmen. Das Gesetz von Karma in Verbindung mit Wiedergeburt bedeutet, dass wir mit unseren Handlungen Verantwortung für dieses Leben und in zu einem gewissen Grad auch für die Existenz haben, wiederum wird folgt. Wir wissen nicht, wie eine neue Existenz aussieht, wie sich unser Karma auswirkt. Die Folgen unserer Handlungen können nämlich auch erst im nächsten Leben eintreten. Wenn wir uns dies klar machen und wenn wir die Möglichkeit der Wiedergeburt akzeptieren, dann kann das einen sehr positiven Effekt auf unser ethisches Leben haben. Unsere Handlungen reichen weiter, als wir meinen. Lehnen wir Wiedergeburt ab, hören wir nach meiner persönlichen Auffassung im Grunde auf, Buddhist zu sein. Wir haben dann auch kein Vertrauen mehr in den Buddha und seine Erleuchtungserfahrung, wie sie in den Schriften geschildert wird. Eine kritische Herangehensweise an buddhistische Texte ist immer notwendig und angemessen. Aber nur dann, wenn wir gleichzeitig zulassen, dass wir noch nicht alles verstehen können. Also unser Verständnis ist nicht der Maßstab, unsere Erfahrung schon. Ohne Vertrauen wird der Buddha auf einen Philosophen, Achtsamkeitstrainer oder Sozialreformer, wie ihn einige Forscher nennen, reduziert. Wenn wir Wiedergeburt anzweifeln, halten wir auch im Grunde Erleuchtung nichts mehr möglich. Denn warum sollen wir an Erleuchtung glauben, die uns genauso abstrakt erscheint wie Wiedergeburt? Was dann übrig bleibt, ist ein weltlicher Buddhismus. Im weltlichen Buddhismus üben wir uns in Achtsamkeit, Mitgefühl, in liebevoller Güte. Buddhistische Praktiken halten Einzug in Therapien, in Management-Trainings. Wir bemühen uns zum Wohle anderer und der Welt zu handeln. Engagieren uns ethisch in allen Lebensbereichen, Umweltschutz, Geldanlagen, Kaufverhalten. All dies ist gut, wichtig. Es hat einen positiven Einfluss auf die Welt und auf das Miteinander. Aber es greift zu kurz. Das transzendente und eigentliche Ziel des spirituellen Weges spielt dann keine Rolle mehr. Aber Ziel des buddhistischen Weges ist es nicht, Samsara, also diese Welt, gemütlicher zu gestalten. Es geht um mehr. Und für mich persönlich liegt die Attraktivität des buddhistischen Weges gerade darin, dass es eine transzendente Perspektive gibt. Es gibt mehr zu erfahren als das, was mir im Moment möglich ist. Und die Welt ist größer als sie erscheint, wenn wir das transzendente mit einbeziehen. Für mich hat im Leben Freiheit und Unabhängigkeit stets einen hohen Stimmenwert gehabt. Ich habe gelernt, dass dies die weltlichen Mittel nicht zu erreichen ist. Dazu muss der Mensch über sich hinaus wachsen und zu einem erleuchteten Wesen werden. Das ist es, um was es geht. Und für mich ergibt sich die volle Tragweite dharmischer Praxis nur unter der Berücksichtigung der Wiederminheit. Blaise Pascal, ein französischer Mathematiker und Philosoph aus dem 17. Jahrhundert, hat folgende, wie ich finde, sehr praktische Abwicklung getroffen. Wenn wir nach dem Tod nichts werden, gibt es niemanden mehr, der bedauern könnte, sich auf etwas vorbereitet zu haben. Wenn wir nach dem Tod etwas werden und uns gar nicht oder ungenügend vorbereitet haben, werden wir es für lange Zeit bitter und schmerzlich bereuen. Wenn wir uns also nicht vorbereiten, haben wir also alles zu verlieren und nichts zu gewinnen. Indem wir uns vorbereiten, haben wir alles zu gewinnen und nichts zu verlieren. Über den Tod wissen wir mit Sicherheit nur, dass er uns bevorsteht. Wir wurden in diese Welt geboren und müssen sterben. Das ist eine Tatsache. Wir wissen nicht, wann das sein wird und wie das sein wird. Die Zeit, die uns gegeben ist, müssen wir daher sinnvoll nutzen. Wenn man sich auf die buddhistische Vorstellung von Tod und Wiedergeburt einlässt, gibt es eigentlich nur eine Konsequenz, dass wir in unserem Leben eine positive Geisteshaltung entwickeln. Nach ethischen Prinzipien leben, mit Liebe, Mitgefühl zu allen Wesen agieren und mir und Hass entgegenwirken. Wir erkennen dann auch, dass unser Leben kostbar ist und wir die Zeit nutzen müssen, die uns gegeben ist. Dass wir nichts aufschieben. Keine Angelegenheiten, die wir mit anderen Menschen zu reden haben. Wir können uns entschuldigen, wenn wir uns falsch verhalten haben. Wir können Verzerrung bitten. Wir können großzügig und hilfsbereit sein. Also wir sorgen sozusagen für ein reines Gewissen und wir lassen nichts unerledigt, damit wir unbelastet sterben können. Wir meditieren als Buddhisten, um einen achtsameren Geist zu entwickeln. Um zu erkennen, was im Augenblick geschieht. Weil für die Reaktion in Bados ist das sehr hilfreich. Und ein Kollege von mir war einmal sehr überrascht, als ich ihm sagte, dass ein Teil meiner buddhistischen Praxis darin liegt, mich auf den Todsfot zu beraten. Die Bado-Lehren machen uns klar, dass wir den Geisteszustand, der unser Leben dominiert, auch in den Bados erfahren werden. Und ein tibetischer Meister aus dem 17. Jahrhundert, Zehle Natsok Rangdol, hat das in einem sehr schönen Text auf den Punkt gebracht. Und den werde ich jetzt zum Abschluss noch mal zitieren. Und in dem Text kommt der tibetische Begriff Rigpa vor. Und bringt, glaube ich, bedeutet so viel wie die Natur des Geistes. Das ursprünglich reine Gewahrsein. Erkenne die unendliche Vielfalt der Erscheinung als Traum, als nichts anderes als Projektionen deines Geistes. Inusorisch und unwirklich. Ohne nach etwas zu greifen, ruhe in der Weisheit deines Rigpa, das alle Konzepte überschreitet. Das ist der Kern der Praxis für den Bado dieses Lebens. Bald wirst du sterben, und nichts wird dir dann wirklich eine Hilfe sein. Was du im Tode erfährst, ist bloß dein eigenes, begriffliches Denken. Ohne künstlich weitere Gedanken zu erzeugen, lass sie alle vergehen in die offene Weite des Selbstbewahrseins deines Rigpa. Das ist der Kern der Praxis für den Bado des Sterbens. Was immer nach den Erscheinungen oder Verschwinden greift, ist als gut und schlecht beurteilt, ist dein eigener Geist. Und dieser Geist selbst ist die Eigenstrahlung des Dhammakaya. So ist alles, was erscheint, nicht an dem zu hängen, was erscheint, es nicht zu Vorstellungen zu verdichten, es nicht anzunehmen oder abzulehnen. Das ist der Kern der Praxis für den Bado des klaren Lichts. Samsara ist dein Geist und auch Nirvana ist dein Geist. Alle Lust und aller Schmerz, wie alle Verblendungen auch, sind nirgendwo anders zu finden als in deinem Geist. Kontrolle über deinen Geist gewinnen, das ist der Kern der Praxis für den Bado des Werdens. Vielen Dank und aufmerksam. Vielen Dank.